Geringverdiener arbeiten hart. Doch der Lohn reicht kaum zum Leben. Viele sind frustriert. Qualifikation wird in dieser Branche einfach nicht mehr bezahlt. Schuften für Mindestlohn? Manch einer nimmt da lieber Bürgergeld. Für Mindestlohn, da kommt nichts bei rum. Die Unternehmer verzweifeln. Ein Metzger findet keine Mitarbeiter. Ihm stinkt die fehlende Motivation der Bewerber. Es will keiner wirklich arbeiten, habe ich das Gefühl. Hamburg. Eigentlich eine boomende Metropole. Doch Angestellte wie Oliver Rieck fühlen sich immer mehr abgehängt. Steigende Preise belasten die Haushaltskasse des 42-Jährigen. Dabei hat er den Vollzeitjob in der Küche aus Überzeugung gewählt. Mindestrohle läuft auch. Ich mache das jetzt ja schon über 20 Jahre und das ist halt geil. Das gibt nichts Geileres. Das gibt nichts Besseres als Gastronomie. Ich kann mir nicht vorstellen, irgendwo mit einem Anzug in einem Büro zu sitzen. Hier sind lauter Kollegen, hier ist heiß, hier ist Action. Olivers Stundenlohn liegt bei 16 Euro. Er bekommt für 176 Stunden Arbeit im Monat 2800 Euro brutto. Netto sind das 1800 Euro. Seine Fixkosten? 1180 Euro. Für Lebensmittel und zum Leben bleiben 620 Euro. Also wenn ich jetzt mein Brutto mit dem Netto vergleiche und die Fixkosten gegenrechne, dann ist das schon ein Kampf über den Monat. Und das sind nur erstmal die Fixkosten. Es darf ja nichts kaputt gehen. Mit Mayo. Norddeutschen Kartoffelsalat. Oliver ist gelernter Restaurantfachmann. Doch sein Gehalt stagniert seit Jahren. Andere Branchen zahlen deutlich besser. Und das ärgert ihn. Der Druck entsteht ja schon dadurch, dass wenn du wirklich Berufserfahrungen hast, wenn du das wirklich lange machst, dass du dann, wenn es um das Gehalt geht, um Gehaltsverhandlungen geht, nicht gegen Leute ankommst, die für weniger arbeiten gehen. Das ist das Problem. Qualifikation wird in dieser Branche einfach nicht mehr bezahlt. Das heißt, an irgendeinem bestimmten Punkt ist halt Feierabend. Viele Gastronomen heuern günstige Arbeitskräfte zum Mindestlohn an. Oft Menschen, die keine andere Wahl haben. Fachkräfte dagegen wollen unter diesen Bedingungen nicht mehr arbeiten. Ich glaube, die Lust auf den Job fehlt. Die Arbeitszeiten, solange sie angenehm sind über den Tag, ist es in Ordnung. Aber solange sich das erstreckt in den Abend und über das Wochenende, dann mangelt es an der Motivation. Aber ich kann eben Leute verstehen, die die Branche verlassen, weil einfach der Verdienst, gemessen am Stress, zu gering ist. Und natürlich gibt es Leute, die dann sich ausrechnen, was passiert eigentlich, wenn ich jetzt Bürgergeld beantrage. Frust im Job. Dabei gehört Oliver mit seinem Nettogehalt statistisch sogar zur Mittelschicht. Wie sieht es bei den richtigen Geringverdienern aus? In Ostfriesland treffen wir Christian. Er hat im vergangenen Jahr als Taxifahrer gearbeitet und 12 Euro Mindestlohn bekommen. Jetzt ist er arbeitslos. Er war sich mit seinem Chef einig. Die Zusammenarbeit ergibt keinen Sinn mehr. Nach der Kündigung fällt man schon in so ein tiefes Loch. Natürlich schläft man dann am nächsten Tag auch mal länger aus. Und bleibt dann auch abends länger wach. Und ja, dann kann er schon mal so 2.30 Uhr werden und morgens, ja, so 10, 11 Uhr. Christian wurde nach den tatsächlich geleisteten Schichten bezahlt. Er kam am Ende nur noch auf rund 120 Arbeitsstunden im Monat. Also ich habe dort nicht weitergearbeitet, weil ich nicht mehr auf meine Stunden kam. Es wurden immer weniger. Man war mehr oder weniger zu Hause. Kam halt nichts mehr bei rum. Das hat sich für mich nicht mehr gelohnt. Christian bezieht schon länger Leistungen vom Jobcenter. Zuerst während der Qualifizierungsmaßnahmen. Zuletzt als Aufstocker zum Lohn. 2023 hatte er monatlich 1.357 Euro zur Verfügung. Seine Fixkosten 835 Euro. Zum Leben blieben 315 Euro. Teilweise habe ich das schon Mitte des Monats gemerkt, wenn man dann mal eben so aus Konto guckt und oh, da ist ja fast nichts mehr da. Und dann macht man sich natürlich schon Gedanken, wie soll das denn jetzt noch den Rest des Monats weitergehen. Christian hat eine Dachtekalere abgebrochen. Als Ungelernter ohne Berufsausbildung hat er kaum Qualifikationen vorzuweisen. Doch der 31-Jährige stellt Ansprüche an seinen zukünftigen Job. Vor allen Dingen, es muss ja auch ein Job sein, der mir auch Spaß macht. Es bringt ja nun überhaupt nichts, wenn ich irgendwo morgens schon mit Bauschmerzen hingehe. Da habe ich selber auch nichts von. Es muss halt schon Spaß machen und das Geld muss natürlich auch passen. Sein Auto will er auf keinen Fall abgeben. Um Geld zu sparen, macht er notwendige Reparaturen mithilfe von Tobias. Der bekam selbst jahrelang Hartz IV. Aktuell schlägt er sich als Selbstständiger mit Gelegenheitsjobs durch. Aber dann wieder was so für 12 Euro, ich weiß gar nicht, wo ist jetzt der Mindestlohn? 12,41 Euro, meine ich. Was süß. Ja, was süß, eben. Kommt ja nix bei rum, ne? Ne, ich habe letztens schon zu meiner Freundin gesagt, für unter 15 Euro mache ich keinen Haufen mehr in den Vorgarten. Ne. Das ist darum ja auch, ne? Ja. Welche Erfahrung hast du so mit dem Jobcenter gemacht? Ich weiß gar nicht, wo lag damals der Mindestlohn 10 Euro irgendwas. Ja. Und dann hast du halt immer die dementsprechenden Jobangebote bekommen. Ja. Musstest du dann natürlich auch hinterher, weil irgendwann gab es dann auch die Daumenschrauben. Ja, genau. Das ist dann da nach, ich glaube, nach dem ersten oder zweiten Mal was nicht gemacht. 25 Prozent Kürzung. Ich meine, ich habe gelesen, dass es jetzt heutzutage besser sein soll mit dem Bürgergeld. Andere Leute sagen es nur in anderer Name. Ja. Gleiche Scheiße. Christian erhält derzeit noch Arbeitslosengeld eins. Er will in den nächsten Tagen einen Antrag auf Bürgergeld stellen. Für den Mindestlohn will er nicht mehr arbeiten gehen. Für den Mindestlohn, ja, ne, gut ist das absolut nicht. Das sind wahrscheinlich dann die Leute, die wahrscheinlich dann mehr verdienen und dann sagen, ja, komm, nun machen wir eben. Ne. Aber es rentiert sich einfach nicht. Viele, die für den Mindestlohn oder etwas mehr arbeiten, stellen sich dieser Tage tatsächlich die Frage, ob sich die Mühe noch lohnt. Die Auswirkungen zeigen sich auf dem Arbeitsmarkt. Zum Beispiel in Mischendorf bei Potsdam, in der Fleischerei von Volkmar Woiter. Der 63-Jährige leitet das Familienunternehmen in vierter Generation. Jeden Morgen beginnt der Seniorchef ab 6 Uhr mit der Produktion der frischen Ware. Dieser Betrieb ist natürlich das Lebenswerk unserer Familie, das meiner Großeltern, meiner Eltern mittlerweile auch schon meins. Ich betreibe den Betrieb im 40. Jahr. Das Problem ist eben Arbeitskräfte. Das sind große Probleme. Es war immer schon schwer, auch zu DDR-Zeiten gute Arbeitskräfte zu bekommen, aber mittlerweile bekommen wir gar keine mehr. Metzger Woiter hat zu DDR-Zeiten seine Lehre gemacht. Allerdings nicht im Familienbetrieb, sondern in einer anderen Fleischerei. Feierabend gab es für ihn damals praktisch nicht. Wir haben damals um 6 Uhr morgens angefangen, bis 17 Uhr gearbeitet. Und wenn ich dann um 17.30 Uhr dann circa zu Hause war, dann sagte mein Vater, naja, ist ja schön, dann können wir hier gleich noch ein bisschen was machen. Kannst du dir helfen, Lahn ausräumen und so weiter. Also es war völlig anders, als es heute war. Ja, mein Vater hat mir eben die Werte vorgelebt. Oder überhaupt meine Eltern haben uns die Werte vorgelebt, dass man eben nur durch Fleiß was erreichen kann. Die Fleischerei hat 2021 ihr 100. Jubiläum gefeiert. Ist jetzt in der fünften Generation. Woites Sohn, der Junior-Chef, steht heute wieder hinter der Wursttheke. Notgedrungen, denn es fehlen mindestens zwei Angestellte im Verkauf und im Partyservice. Der 63-jährige Senior-Chef muss noch immer den Verkaufswagen mit aufbauen. Dabei wollte Volkmar eigentlich im vergangenen Sommer in Rente gehen. Doch wegen Personalmangel wurde daraus nichts. Hilfe suchend warnte er sich an die Arbeitsagentur. Ja, warum packt der Senior-Chef mit an? Das ist eine gute Frage. Weil wir kein Personal haben. Es geht ja schon seit voriges Jahr Juli. Wir sind jetzt bei 57 Leuten, die uns das Arbeitsamt zugesandt hat. Und davon haben sich zwei gemeldet bis heute. Die eine war dauerkrank, hat sie mir erzählt. Und die andere meinte, sie ist dem Arbeitsmarkt nicht zugänglich, was das immer das heißen soll. Wir machen wirklich alles. Sie sehen, wir haben auch hier Flyer. Wir sind über die sozialen Medien vertreten und so weiter und so fort. Alles, was man machen kann. Vor allem auch Mundpuppe-Rande. Aber es will keiner wirklich arbeiten, habe ich das Gefühl. Jobs gibt es. Was fehlt, ist die Motivation. Wenn Sie noch irgendwas brauchen sollten, dann rufen Sie an, dann lief ich nach. Ansonsten einen schönen Verkaufstag. Danke. Um die Arbeit zu bewältigen, müssen die Angestellten Überstunden machen. 100 Gramm eine Lage. Die Mitarbeiter sind genervt. Natürlich ist es für uns, ich sag mal, beschämend. Wir gehen arbeiten. Klar kriegen wir mehr wie Mindestlohn. Das möchte kein Mensch abstreiten. Aber wir gehen für fast dasselbe Geld, arbeiten 40 Stunden und die sitzen für selbe Geld zu Hause und können ausschlafen. Natürlich ist es beängstigend, weil kein Mensch weiß, wohin geht diese Reise. Es gibt ca. 1,7 Mio. Erwerbsfähige im Bürgergeld und gleichzeitig gut 1,7 Mio. offene Stellen. Genügend Arbeitskräfte sind anscheinend vorhanden, doch Volkmar Woite erlebt jeden Tag, dass die Vermittlung nicht funktioniert. Von der Arbeitsagentur erhält er die Kontaktdaten von potenziellen Bewerbern. Die schreibt er an, doch er erhält fast nie eine Antwort. Manchmal bekommt er eine Telefonnummer. Unter diesen speziellen Rufnummern müssten die Bewerber eigentlich sofort zu erreichen sein. Doch die Realität sieht anders aus. Ihr Anschluss ist vorübergehend nicht verfügbar. Ihr Anruf kann nicht durchgeführt werden. Das ist irgendwie das, was man fast immer als Rückmeldung erhält. Es macht mich sprachlos, ja, sicherlich. Ich meine, ich kann mich nicht einerseits als Arbeitssuchend ausgeben und dann, wenn mir Arbeit angeboten wird, mich nicht mal melden. Und nicht mehr bereit zu sein, in Gespräch mit dem Betrieb zu führen. Das ist das große Problem für mich. Und daran sehe ich, dass die Leute, oder denke ich zumindest, dass die Leute, oder ein Großteil dieser Leute, überhaupt kein Interesse haben, eine Arbeit aufzunehmen. Die Erfahrungen des Brandenburger Fleischermeisters untermauern eine oft gehörte Kritik am Bürgergeld. Es lade dazu ein, sich in die soziale Hängematte zu legen. Dabei gibt es viele Menschen, die aus Not einen Bürgergeldantrag stellen. Wie Jessica. Vor 17 Jahren wusste die dreifache Mutter nicht mehr, wie sie ihre Kinder versorgen sollte. Ich hatte damals kein Problem gehabt, damit Hartz IV zu beantragen. Mein Mann war voll arbeiten, ich war voll arbeiten in der Ausbildung. Sorry, es ist dann, wie sage ich so schön, es ist dann nicht unser Problem, dass einfach mal zu wenig Geld rumgekommen ist, um eine vierköpfige Familie durchzubringen. Okay, hältst du die Gummis noch fest? Nach der Scheidung versuchte Jessica, einen Vollzeitjob zu finden. Doch sie überstand fast nie die Probezeit. Sie kam auf zu viele Fehlzeiten, weil sie sich um ihre drei Kinder kümmern musste. Also als Alleinerziehende aus diesen Sozialleisten rauszukommen, ist verdammt schwer. Also gerade wenn es dann für die Kinder keinen Unterhalt gibt, bei Job finden ist das eine, aber den Job zu behalten ist das andere. Wenn man wirklich alleine ist und nicht sagt, ich habe Oma, ich habe Opa, ich habe wen auch immer, der Termin erledigt oder Sachen für mich wahrnimmt, dann ist das nicht so einfach. Und ich verstehe auch jeden Arbeitgeber, der sagt, wissen Sie, wenn Sie hier ständig ein paar Mal im Monat fehlen, kann ich Sie nicht behalten. Auch wegen gesundheitlicher Probleme konnte Jessica nicht in ihrem erlernten Beruf als Lackiererin arbeiten. Sie machte eine Umschulung zur Industriekauffrau. Die Arche in Berlin. Vor dem Gebäude der christlichen Hilfsorganisation warten Bedürftige auf Essenspakete. Unter ihnen sind viele Frauen. Für Alleinerziehende wird das Bürgergeld oft zur Endstation. Doch Jessica will nicht aufgeben. Hi meine Jüssi. Ich habe es geschafft. So, ich schmeiße es einfach hier ab. Genau, stell dir hin. Gut, schieß los. Wie kann ich helfen? Also, pro Familie eine Kiste, die Kisten stehen hier hinten. Okay. Guck, das sind die Kisten. Ja. Da ist das Übliche drin. Okay. Milch, Kakao, Kaffee, Knäckebrot. Jessica arbeitet ehrenamtlich in der Arche. Auch ohne Bezahlung steht sie frühmorgens auf und meldet sich zum Dienst. Bei ihr fehle es nicht an der Motivation, sondern eher an einer Chance, als Alleinerziehende einen passenden Job zu finden, erzählt sie. Wenn ich nicht gearbeitet habe, bin ich immer dann wenigstens ehrenamtlich arbeiten gegangen, weil mir es wichtig ist, irgendwas zu tun, was zu machen. Und wenn ich dann so wie eine Arsche oder woanders was Sinnvolles machen kann, wo ich der Gemeinschaft helfen kann, freue ich mich noch viel mehr. Und meinen Kindern lebe ich halt vor, man muss arbeiten, ob man jetzt Gehalt kriegt oder nicht. Aber Arbeit ist wichtig. Ihr Sohn Alexander wird nachmittags in der Arche betreut. Seit 17 Jahren. Genauso lange lebt die Familie von Sozialleistungen und Essenspaketen. Ein Leben mit dem Existenzminimum. Fast ohne Ausweg. Ich habe zwischendurch probiert gehabt, nur Regale einzuräumen. Habe dann aber gemerkt, dass meine Wirbelsäule nicht mitmacht. Die ist seit meiner Jugend schon vorgeschädigt. Das funktioniert dann nicht so. Also ich finde, jeder, der das so sagt, die wollen nicht, der sollte erst mal gucken. Hat der irgendwelche Einschränkungen? Kann er vielleicht deswegen nicht. Und wenn du dann mehrere Sachen hast, gesundheitlich eingeschränkt bist, kindermäßig eingeschränkt bist, ist der Arbeitsmarkt nicht mehr so groß. Zurück nach Hamburg. Oliver Rieck arbeitet Vollzeit in der Gastronomie. Er verdient 2800 Euro brutto monatlich. Im Vergleich, der deutsche Durchschnittsverdiener kommt bei Vollzeit auf rund 4200 Euro brutto. Mit Mindestlohn erhält man gut 2100 Euro brutto. Darf es ja für nichts zu schade sein. Muss überall mit anpacken. In der Küche, im Restaurant, in der Spüle auch. Wenn dir viel zu tun ist, der Kollege ist alleine, dann unterstützt man natürlich auch hier. Das gehört alles dazu, weil man ist ja ein Team. Oliver hat ständig Angst, über seine Verhältnisse zu leben. Denn seine Fixkosten sind in den vergangenen Jahren schneller gestiegen als sein Lohn. Er musste harte Einschnitte vornehmen. Eine große Einschränkung war natürlich auch, dass ich mein Auto abgegeben habe, was einfach auch nicht mehr finanziell drin war. Man muss halt rechnen. Ich habe angefangen in Tagessätzen zum Beispiel zu rechnen. Also was ich an Netto noch übrig hatte, habe ich dann in Tagessätze eingeteilt, damit ich am Ende des Monats noch was habe. Und ich plötzlich am 20. merke, dass die Kohle aus ist. Dank der Sparmaßnahmen konnte Oliver seine Ausgaben senken. Ihm bleiben aktuell 620 Euro zum Leben. Rücklagen kann er damit nicht bilden. Ein Urlaub ist nicht bezahlbar. Es ist ein Leben im finanziellen Krisenmodus. Weil man fragt sich natürlich manchmal schon, warum mache ich das jetzt eigentlich? Warum arbeite ich jetzt Vollzeit, wenn ich am Ende des Monats wirklich gucken muss? Wenn ich am Monatsanfang schon überlegen muss, was kann ich jetzt eigentlich machen? Das ist schon Druck, den man hat. Und das macht einen natürlich auch unzufrieden und ein Stück weit auch so ein bisschen depressiv. Es wächst der Unmut vieler Menschen über zu niedrige Löhne. Auf der anderen Seite kritisieren Unternehmer wie Volkmar Woute die fehlende Arbeitsmoral. Für seine Fleischerei sucht er dringend Leute. Bisher ohne Erfolg. Es ist ja unser aller Lebenswerk und es soll ja auch weitergehen. Und wir machen uns natürlich darüber doch Gedanken, dass es oder wie es weitergeht. Ja, denn ohne Personal geht es nicht weiter. Wir können ja nicht alles alleine machen. Ich meine, wir sind ja nur schon so weit, dass wir von morgens bis abends arbeiten, aber es funktioniert so nicht. Ohne Personal können wir nicht das herstellen, was wir herstellen wollen. Volkmar Woute bezahlt seine Angestellten über Tarif und weit mehr als den gesetzlichen Mindestlohn, der aktuell bei 12,41 Euro liegt. Doch das reicht nicht. Weiß ich nicht, wenn wir jetzt zum Beispiel 20, 22 Euro bieten würden, dann würden wir vielleicht, weiß ich nicht, würden wir vielleicht dann Personal kriegen. Aber es muss ja für den Betrieb rechenbar bleiben. Es muss ja wirtschaftlich ein vernünftiger Wahn sein, der Lohn zum Anhanggefüge, zum Umsatzgefüge, ansonsten rechnet sich die ganze Szene nicht mehr. Manchmal melden sich Bewerber. Einige davon sind Bürgergeldempfänger. Die möchten aber nicht auf das Geld vom Staat verzichten und machen ein unmoralisches Angebot. Natürlich haben mich jetzt mittlerweile fünf Leute kontaktiert, die mir angeboten haben, bei uns zu arbeiten, aber ohne Arbeitsvertrag. Das heißt schwarz. Und das kommt für uns nicht in Frage. Definitiv nicht. Seit der Einführung des Bürgergeldes hätten die Empfänger kaum noch Sanktionen zu befürchten, beklagt Woute. Der Staat setze nur auf Vertrauen und Kooperation. Für den Unternehmer ist das der falsche Weg. Er fragt beim Jobcenter nach. Ja, die vielleicht schreibt heute. Ich weiß auch nicht, warum die nicht, die Leute, die sie mir vorschlagen, die letzten 15, warum sie nicht ein Einziger meldet. Ich weiß es nicht. Ich kann es Ihnen nicht sagen. Ich meine, es soll ja nur schon so sein, dass es Sanktionen geben sollte für Leute, die sich nicht melden. Der Sachbearbeiter im Jobcenter ist eher ratlos und verweist darauf, dass es bald härtere Sanktionen geben solle. Noch sei aber keine der angekündigten Maßnahmen umgesetzt. Alles klar. Ich danke Ihnen und schönen Tag neu. Sanktionen könnten die Leute vielleicht zwingen zu arbeiten. Um sie zu motivieren, gibt es für Volkmar Woute nur eine Lösung. Mir geht es nicht darum, um die Leute jetzt anzugreifen, die Bürgergeld beziehen. Und meiner Meinung nach müsste das Netto erhöht werden, dass eben den Leuten, den Arbeitnehmern mehr Netto vom Brutto übrig bleibt. Und demzufolge hätten wir schon einen großen Abstand vom Bürgergeld zum normalen Lohn oder zum Arbeitslohn. Und das würde meiner Meinung nach die Motivation schon mal sicherlich erhöhen. Aurich in Ostfriesland. Christian bereitet heute seinen Bürgergeldantrag vor. Er hatte seinen Job verloren, auch weil er nicht mehr zum Mindestlohn arbeiten wollte. Also peinlich ist mir das überhaupt nicht, Bürgergeld zu beantragen, weil man muss ja von irgendwas leben. Und ich möchte mich auch in Zukunft nicht ausnutzen lassen. Es muss halt schon ein passender Job dabei sein, der vernünftig bezahlt wird. Und ja, man muss ja auch von irgendwas leben können. Christian hofft, dass das Jobcenter seine Miete sowie die monatlichen Fixkosten übernimmt und das Bürgergeld seinen Lebensunterhalt deckt. Jösz, Generalise Woir und der Regelzeit, dass die Miete Untertitelung des ZDF, 2020